hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge deinos des survival in der letzten folge haben wir uns drei neue waffen geholt eine pump gun, eine mp und ein revolver aus gutem glück oder durch zufall und glück haben wir es gefunden allerdings haben wir uns von irgendwie verlaufen denn wenn wir den weg weiter gegangen wären wären wir wieder am startpunkt raus gekommen wir essen mal ganz kurz was und in der zeit erkläre ich noch mal wir müssen ja so ein luftmessgerät gedöhnt finden für diese komischen ich nenne sie jetzt mal insekten die uns ausgenommen haben und die meinten irgendwas mit einer großen stadt und dahinter ist labor und ja wir sind in die richtung gegangen da sind aber die häuser einer großen stadt ich glaube wir hatten uns wirklich verlaufen so da schauen wir doch einfach mal ob wir hier hinten weiter kommen oder nicht aber dahinten muss es weitergehen es geht ja nicht anders wir müssen aufpassen dass die raptoren uns hier nicht sehen denn ich habe auf die biester ehrlich gesagt keine lust und hätte ich das vorher gewusst wäre ich welche oben lang gerannt aber jetzt kann man hier auch besser gucken da ist definitiv nichts am auto ich hoffe das waren es die raptoren da unten und hier oben tauchen keine mehr auf so kompi nummer 1 kompi nummer 2 gekillt der muss noch von etwas weiter oben abschießen ok der rennt weg macht nichts aber hier ist der übergang sehr schön und wir waren vorhin da unten oder was heißt vorhin in der letzten folge da unten und haben wir da unten dass die pumpkin gefunden diese hier ob wir die überhaupt brauchen ist fraglich ich versuche größtenteils mit dem crossbow hier durchzulaufen rennen ja genau so und jetzt müssen wir das labor finden so wie wir es in den vorherigen folgen schon gesehen haben gibt es hier definitiv wieder dinosaurier die uns nichts gutes wollen die uns nichts gutes wollen oh mein Gott die Stadt sie sieht fast in der Zeit keine Menschen nur Dinosaurier viele Dinosaurier ich muss dieses lab finden ja eine Menge Dinosaurier von denen ich noch nichts sehe Polizeiwagen Waffe, 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 Waffe okay Gallimimus die rennen mich gerne um die Drecksviecher und die kommen auch noch direkt zu mir das ist nicht schön dann laufen wir einfach mal hier hinten lang ähm hier gibt es auf jeden Fall keine Tiere da sind die Gallimimus lass mich hier hoch geht das eigentlich die Stadt zu umrennen das wäre natürlich episch ich glaube das geht nicht nein schade also müssen wir bei den Gallimimus durch hm da müssen wir sie killen da haben wir auch gleich wieder Fleisch denn unser Hunger der nimmt schon wieder rapide ab und ich habe Raptoren auf der anderen Seite des Hauses gehört der erste ist down der zweite ist auch down leck mich doch fett du Arschloch warum rum das MP ist auf die MP ist auf jeden Fall geil macht kaum Geräusche jetzt ist die Frage was haben wir hier Pumpgun wir werden auf jeden Fall ganz kurz hier abspeichern und ein Lagerfeuer machen denn wir brauchen gleich den Hunger und die Sättigung denn wir müssen versuchen uns an dem vorbeizuschleichen oh ne ich hoffe du hast mich nicht gesehen eeeeeeeen scheiße Raptor nein du hast mich nicht gesehen der Raptor kotzt mich gerade an ja komm ich seh dass du mich gesehen hast warum hab ich so viel Schuss dafür und warum kommt der nicht auf den Bordstein hoch der Idiot scheiße wie machen wir das jetzt oh Gott der kommt schon wieder entweder da an der Seite lang oder dort an der Seite lang aber hier stehen halt Militärautos ich will wissen ob es hier was gibt da hinten ist ein Raptor da ist ein Militär Jeep hm nein geh weg geh weg geh weg hau ab lauf in die andere Richtung geh da hinten sind ein Raptor und geh die fressen du Arschloch jetzt Scheiße Scheiß alter was ist hier los das sind nur Galimimus den kann man ausweichen Paras Triceratops EUROPTOON EUROPTOON 3000 EUROPTOON sie No, 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 no. Was, warum? Ich wechsle auf die Pankern. Ich wechsle verdammt nochmal auf die Pankern. Warum geht das nicht? Ihr Drecksfischer. Ey, komm jetzt hier. Was? Hallo? Ja, ihr seht. Hier geht grad gar nichts. Das heißt, wir beenden hier die Folge. Ich werde das Spiel jetzt kurz ausmachen und neu starten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ne, lasst einen Daumen nach oben, da lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt uns gespannt. Genießt den Tag und bye bye. Bis dann. Tschüss. Tschüss. fold Untertitelung des ZDF, 2020